Für englische Subtitles, push the Subtitles Button Das Pandachameleon, egal für welche Produkte, Farben, Lacke, weiß der Herrgott, überall wird das Pandachameleon für Werbung missbraucht Weil es natürlich selber so tolle intensive Farben hat, also wunderschöne Tiere Sind auch relativ gut zu halten, lassen sich wirklich gut pflegen, tolles Terrarientier In dem Fall ein Männchen, die Männchen sind farblich natürlich schon ansprechender, spektakulärer Wobei auch hübsche Weibchen, oder es gibt auch hübsche Weibchen natürlich Deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch, ein Pandachameleon Ihr erinnert euch vielleicht an mein Intro-Tierchen vor ein paar Folgen Da war ein Stachelschwanzwaran, der sich so sympathisch an meinem Finger verbissen hat Und der hat sich daran verbissen, nicht weil er mich nicht leiden konnte Sondern weil er unbedingt auch mal ins Fernsehen wollte oder ins Internet Als ich dem versprochen habe, wir machen eine Stachelschwanzwaran-Folge dir zuliebe Dann hat er endlich losgelassen Und deswegen muss ich natürlich mein Versprechen halten Heute die Folge über Stachelschwanzwarane, Varanus acanturus Hier jetzt auch aus der gleichen Linie wie der damals war Ein richtig super schöner roter Eki Eki ist so die von Acanturus wahrscheinlich abgeleitet Acanturus Eki, das ist so die Abkürzung Red Eki in dem Fall So für mich als Einstiegstier Wie gesagt heute die Stachelschwanzwaran-Folge Kurz allgemein zu den Stachelschwanzwaranen Hat es vorher schon gesagt kommen aus Australien Aus dem nördlichen Teil von Australien Jetzt müssen wir ein wenig umdenken Australien ist ja auf der Südhalbkugel Und der nördliche Teil von Australien ist der heißere Teil Der trockener, wüstenähnliche Gebiete hat es dort im Norden von Australien Und dort kommt er im Prinzip von der Ost- bis zur Westseite Andersrum Westen bis Osten so rum Also je nachdem in welche Richtung ihr das jetzt seht Spiegelverkehrt kommen die Stachelschwanzwarane vor Wirklich ein riesen Verbreitungsgebiet Er streckt sich über mehr als 1000, 2000 Kilometer Ost-West-Ausdehnung Und entsprechend sind die auch wahnsinnig variabel Also es gibt zig verschiedene Farben Es gibt Populationen die größer sind, die kleiner sind Also das ist wirklich ein riesen Komplex Wo man gar nicht so leicht sagen kann Naja die werden alle so oder so Also so standardmäßig oder sagen wir die größeren Tiere davon Werden so circa 60 Zentimeter Von den 60 Zentimetern ist ungefähr gut ein Drittel Kopf-Rumpf Und knapp zwei Drittel Schwanz Das heißt wenn ich ein Tier mit 60 Zentimeter habe Dann hat er so runde 20 Zentimeter Körperlänge Bis letzten Jahres eigentlich ging man davon aus Dass Varanus acanturus drei Unterarten hat Das Ganze wurde jetzt neu untersucht Da haben sich mehrere australische Wissenschaftler drangemacht Haben hier eine neue Untersuchung anhand von DNA gemacht Und das Ergebnis daraus um das wegzunehmen ist Dass die vorschlagen dass man es eigentlich in vier Arten teilen sollte Vier Arten die in diesem Varanus acanturus Komplex gehören Ich kann mal kurz vorlesen Wo habe ich es? Was darf ich? Hier habe ich es Also Varanus acanturus, Varanus insulanicus, Varanus story Und ganz neu beschrieben auch in dieser Arbeit Ein Varanus citrinus Varanus citrinus Dieser Citrinus Interessanterweise auch wohl der kleinste Vertreter aus dem Acanturus Komplex Wir tun euch den Link unten bei YouTube einblenden Wer Interesse hat sich das mal durchzulesen Es ist relativ lang aber interessant Am Schluss auch mit Karten über Verbreitungsgebiete Also wirklich ein interessanter Beitrag Kann ich euch empfehlen, lest euch den mal durch Bei uns in der Terroristik Durch das, dass Australien ja ein Exportverbot oder Stopp hat seit vielen Jahrzehnten Glaub ich geht alles bis Oder sagen wir haben wir keine Tiere womöglich Wahrscheinlich genau sagen können Die sind aus dem Gebiet, die sind aus dem Gebiet Oder das ist womöglich diese Art oder Unterart Also in der Terroristik spricht man eher von den Farben Das was wir vorher gesehen hatten am Anfang das halbwüchsige Tier Das rote Tier, ein Red-Ecky Dann hier habe ich einen gelben Yellow-Ecky Und dann gibt es auch noch die Tiere, die eher so bräunlich Oder relativ einfarbig braun sind Das sind dann die braunen Eigentlich so in die drei Farben Tut man in der Terroristik unterscheiden Wobei die roten so die beliebtesten sind Wie allgemein in der Terroristik alles was rot ist Gelb ist auch noch sehr schön Und die braunen sind die, wo man vielleicht versucht Gleich noch mehr Farbe reinzüchten oder sowas Das sind so die Unterscheidungen, die man in der Terroristik trifft Um euch auch ein bisschen von Australien über die Tiere was zu erzählen Also ich finde es natürlich immer ein wenig interessant Wenn man was aus dem Ursprungsgebiet weiß Wir Terrarianer, wir glauben zumindest immer viel zu wissen Aber es ist natürlich toll, wenn man wie gesagt aus dem Herkunftsgebiet Informationen hat Ich hatte mit dem UN Edwards Der UN Edwards ist ein Australier, der schon seit Jahrzehnten Also ich kenne ihn schon über 30 Jahre Da haben wir uns in den USA auf einer Reptilienmesse getroffen Beziehungsweise da hat er mal eine Zeit lang gejobbt Er ist Terrarianer in Fleisch und Blut Wie gesagt seit Jahrzehnten Er lebt jetzt wieder in Australien Er hält und züchtet dort selber die Stachelschwanzwarane Und dem habe ich mal geschrieben und gesagt Er soll mir doch mal ein paar Hard Facts durchgeben zu den Accanturus Die ich euch jetzt gerade einfach so vorlesen möchte Er schreibt, dass der Bau in der Regel immer unter einem Felsen ist Unterhalb von einem Felsen auf Erde Also die Erde graben sich wohl ein Und den Stein oder den Felsen nehmen sie natürlich als Schutz oben weg Da bauen die sich ihre Gänge unten rein Der Eingang von diesen Versteckplätzen ist immer Richtung Osten Richtung Osten nehme ich an, hat wahrscheinlich mit der Sonne zu tun Weil sie so vielleicht den besten Einfall von der Sonne haben Oder ich kann es mir nur mit dem Sonnenauf- und Sonnenuntergang erklären Dass deswegen der Osten prädestiniert ist für den Eingang Diese Höhlen von den Accanturus Es können so bis ein Meter tief sein In der Regel so um die 60 Zentimeter Tiefe Vielleicht auch interessant für die Terrestik Ich weiß nicht, ob wir unbedingt denen einen 60 Zentimeter tiefen Gang zur Verfügung stellen müssen Oder die Möglichkeit, dass sie sich das graben Wahrscheinlich tun es auch 20-30 Zentimeter Aber scheinbar ist das für die wohl schon wichtig, dass sie sich da einbuddeln können In den Höhlen ist es immer feucht Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Terraristik Wir machen Moos in so Versteckhöhlen mit rein Und da verstecken die sich auch liebend gern drin Die gehen jede Nacht in diese Mooshöhle zum Schlafen Ich glaube, das ist wichtig Dann schreibt der Juen Im Winter sind sie ganz unten an der Höhle Klar, umso kälter es wird, umso tiefer werden die sich verkriechen Und Frühling und Herbst sind die relativ oben am Eingang Und an warmen, heißen Tagen, Frühjahr, Herbst kann es auch wirklich sein, dass sie immer aus der Höhle rauskommen Also die machen nicht eine Wunderruhe, dass sie vier oder fünf Monate am Stück weg sind Sondern wenn es heiße Tage hat, kommen die auch gern mal raus und tun ein wenig Sonnenbaden Er schreibt, dass sie immer ihre gleichen Routen haben Also von ihrem Versteckplatz aus, wenn sie rauskommen aus ihrer Höhle Dass sie immer die gleichen Routen nehmen und dort ihre Sonnenplätze haben Und wahrscheinlich auch ihre Plätze, wo sie jagen Und würde man wirklich gut erkennen, dass sie immer die gleichen Wege nehmen Und genauso würde man die Höhlen von den Akanturus gut erkennen Weil um die Höhle drumherum alles mehr oder weniger sauber gelaufen ist Man erkennt die Spuren um die Höhle drumherum, wo die reingehen, wo die rausgehen Dass da immer so, er sagt, wie so Trampelpfade um die Höhlen drumherum existieren Ja, das sind so ein paar australische Facts, ich glaube das ist auch ganz interessant für uns als Terrarianer Wenn man das mal so aus erster Hand hört Die Terrarienhaltung von den Stachelschwanzwaranen Die haben wir in der ersten Stachelschwanzwaranfolge schon angesprochen Wirklich nur oberknapp, also es ist ein Sonnenanbeter Wirklich ganz hell, ganz heiß, am besten HID-Beleuchtung LED vielleicht noch, um noch ein bisschen mehr Helligkeit zu kriegen Also im Prinzip wie so eine Badergame, ganz heiß, ganz hell Terrarium, 1,20m x 1,60m entspricht dann auch den Haltungsrichtlinien, die es gibt So kann man Stachelschwanzwarane toll halten Ist auch wirklich ein super Terrarientier Also sie sind nicht übermäßig schwer zu halten, sie gehen gut ans Futter Futter by the way, sie sind rein Carnivore, also das heißt sie fressen nur Insekten Salat, Obst, Schonstiges könnte anbieten, aber sie werden es nicht fressen Sie ernähren sich rein von tierischem Eiweiß oder von Futtertieren, von Futterinsekten Hier habe ich ein Jungtier, der ist jetzt ca. 2 Monate alt Die Stachelschwanzwarane wachsen wirklich schnell Wie gesagt, mit zwei Monaten schon stattliche Größe Mit gut einem Jahr werden sie geschlechtsreif Also auch relativ schnell, haben einen hohen Stoffwechsel Je nachdem wie lange ihr Winterruhe macht Aber wenn ihr so eine normale Winterruhe macht, zwei bis drei Monate, würde ich euch empfehlen Dann werden die trotzdem schon im zweiten Jahr geschlechtsreif Und ihr könnt die im zweiten Jahr schon züchten Die Jungtiere kann man einigermaßen gut zusammen aufziehen Immer aufpassen, es gibt immer ein wenig dominante Tiere, die die anderen unterdrücken oder gar beißen Da muss man sie leider trennen Ansonsten wir ziehen die Jungtiere auch in Gruppen auf, vier, fünf, sechs Tiere miteinander Und wie gesagt, wenn wir merken, dass einer ein wenig Spinnen anfängt Dann kommt der mehr oder weniger in Einzelhaft oder mit etwas Größerem zusammen Wenn die Tiere adult werden, dann hält man sie am besten als Pärchen Wie bei Bardagamen zum Beispiel, ein Männchen, zwei, drei Weibchen geht auch oft nicht gut Weil auch die Weibchen dann manchmal sich miteinander streiten anfangen Also wenn ihr sie züchten wollt, würde ich euch empfehlen Die Pärchenweise zu halten Ein bisschen schwierig ist die Geschlechtsbestimmung Wenn ich jetzt hier so ein Pärchen auf der Hand habe, dann sagt jeder Klar, logisch, das mit dem schlanken Kopf ist das Weibchen Das mit dem kräftigen Kopf ist das Männchen Da sieht man es relativ auf einen Blick Das Problem ist nur, ihr habt ein einzelnes Tier Und dann geht es schon wieder los, ist der Kopf jetzt eher schlank oder eher breit Das ist alles so ein wenig relativ, wenn man keinen Vergleich hat Alles was man weiß, sagt man sicher ganz easy Aber wie gesagt, das sagt man, wenn man es weiß Wenn man ein einzelnes Tier hat oder vielleicht auch zwei, die ähnlich sind Dann geht es schon los, sind es Männchen, sind es Weibchen An den Penistaschen ist es auch nicht ganz so leicht Also auch die Weibchen können nach der Kloake eine relativ dicke Schwanzwurzel haben Man erkennt auch nicht, wie bei den Bardagamen ist es auch schwierig zu sagen Okay, ich gucke so auf die Schwanzwurzel drauf Wenn ich das jetzt mal so schaue Würde ich mir das jetzt ehrlich gesagt auch nicht zutrauen vom drauf gucken? Nee, überhaupt nicht, also auch das Weibchen Bei dem Weibchen sieht man eigentlich zwei so Ausbeulungen Was bei uns ganz gut funktioniert hat bei halbwüchsigen Tieren Also wie mein Einstiegstier, das rote Tierchen vorher Ab der Größe kann man sie eigentlich sondieren Wobei das Sondieren muss wirklich jemand machen, der sich mit dem Sondieren auskennt Sondieren ist schon eine heikle Geschichte Also nicht daheim anfangen, ich habe gehört, man kann die sondieren und das rumstochen anfangen Sondern wirklich vom guten, reptilienkundigen Tierarzt machen lassen Wirklich reptilienkundig, also der normale Tierarzt hat das ja auch nicht gelernt in seiner Ausbildung Oder von einem Waran oder so Aber das Sondieren nach meiner Erfahrung klappt wirklich absolut super und zuverlässig bei den Stachelschwanzwaranen Wenn man weiß wie es geht, kann das eine gute Methode sein Noch kurz abschließend zur Zucht Wenn ihr so ein tolles Ecki-Pärchen besitzt, das miteinander harmoniert Die Stimulation erfolgt ja durch die Winterruhe Hatte ich vorher kurz angesprochen, also macht er zwei bis drei Monate Winterruhe Auch in der Natur in Australien, Aussage von Ewan Edwards Haben die eine relativ kurze Winterruhe Also es sind Tiere, die selbst im Herbst noch, wenn das Wetter passt, aktiv sind Und sind Tiere, die im Frühjahr, sobald es draußen wärmer, sonniger wird, auch relativ früh rauskommen Es gibt ja andere Reptilien, die schon beim ersten Schatten der Sonne in den Winter gehen Und erst rauskommen, wenn es bullig heiß ist So sind die nicht, die, wie gesagt, haben die eher eine kürzere Winterruhe Dementsprechend machen wir in der Terraristik so zwei bis drei Monate Winterruhe Da machen wir alles aus, stellen lediglich frisches Wasser rein Kühle Zimmertemperatur ist perfekt oder ist okay Und dann kann man sie im Terrarium überwintern Bei uns die Tiere machen zum Teil zwei Gelege im Jahr Also eins relativ, oder einigermaßen bald nach der Winterruhe Legen so zehn bis, glaube ich sogar bis zwanzig Eier, habe ich schon gehört, legen Stachelschwanzwarane ab Das zweite Gelege ein paar Monate später ist meistens deutlich kleiner Sind natürlich eierlegend wie alle Warane Und Inkubation, wie wir es in unseren Inkubationsfolgen angesprochen haben Wir machen es auf Wärme Colit und dann kommen die hübschen kleinen Waranbabys raus Und wirklich ein tolles Terrarientier, das sich toll züchten lässt und einem wirklich echt Spaß macht Die Ausstellung sind diese Kürze Und in der Untertitelung im Auftrag des Lieders Wir machen es mit dem Zeilen